Gut, drauf wetten macht jetzt keinen Sinn, ne? Ja, komm, wir springen einfach. Hui! Bam, tot. Ich sag ja, Assassin's Creed in Real Life wäre echt eine ganz, ganz kurze Geschichte. Es kommt ja der Assassin's Creed Film raus und ich bin sehr gespannt, wie die das lösen. Der Hauptcharakter wird hier gespielt von Michael Fassbender und ich bin wirklich gespannt, ob die Michael Fassbender einmal von den richtig hohen Toren in den Heulhaufen reinspringen lassen. Zack, Genickbruch. Kürzester Film ever. Ah ja, ich... Ah doch, war ganz sinnvoll, dass wir nochmal rumgesprungen sind. Jetzt fehlt nur noch eine. Und ich bin mir relativ sicher, dass die eine dann hier wahrscheinlich nicht mehr sein wird. Die wird dann irgendwo noch in der Stadt versteckt sein. Da, wo wir sie bisher noch nicht gesehen hatten. Hier ist nämlich ganz offensichtlich nichts mehr. Okay. Hier? Ne, hier auch nicht. Naja, hat sich doch... Hat sich doch gelohnt. Waren hier immer nur zwei Flaggen. Ach, Mann, ey. Manchmal ist es bei Assassin's Creed einem auch wirklich ein Rätsel, warum die sich an bestimmten Sachen festhalten und andere Sachen partout meiden. Ich sag, das Klettersystem, das ist einfach... nicht so ausgereift, wie es sein könnte. Was mich natürlich noch ein bisschen beeindruckt war, dass... ähm... Klettersystemen, so wie sie es sich wahrscheinlich eigentlich vorgestellt haben, anstatt... so wirklich richtig umgesetzt, äh... bei Assassin's Creed 4 Unity. Gerade was auch so das Absteigen betrifft, das war schon... das war schon sehr, sehr schön. So, okay. Ja, das war notwendig. Weil irgendwie mussten wir ja da runter. Äh, was? Ach, hier ist sogar ein Heuhaufen gewesen. Ja, gut. Konnte man ja nicht wissen. Wir nehmen auch nicht jedes Mal einen Heuhaufen. Wir sind ja keine Weichei. Eine Flagge fehlt uns noch. Eine Flagge. Ah, sowas macht der ja immer wuschig. Komm, was... Was denkt dieser Mann sich nur? Oh ja, was wird er sich wohl denken? Der wird sich für einen ziemlich geilen Goggle halten. Und warum? Weil er es wahrscheinlich ist. Weil er euch wahrscheinlich alle den Arsch rettet mit seiner Arbeit hier. Okay. Ja, es ist... Es ist tatsächlich nur noch eine Flagge, die fehlt. Ähm... Sollte durch einen dupen Zufall, die in irgendeiner Aufnahme jetzt mal auftauchen, während wir dann öfters hier diesen Weg nach unten, äh, antreten müssen, ähm, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wir kennen das ja. Minute, Sekunde. Und dann habe ich ein Suchbild, was ich mir angucken kann. Und dann... Dann werde ich das dann zwangsläufig auch irgendwann mal finden. Das war jetzt aber nur ein Schornstein, oder? Ja. Ach, Mann. Die eine Flagge jetzt noch, das wär's. Das wär's wirklich. Da würde ich mich schon ein bisschen freuen. Zumal wir auch sehen, was es dafür dann gibt. Weil normalerweise müsstest du eigentlich eine gute Belohnung für so eine Sammelarbeit bekommen. Alles andere wäre ja mega enttäuschend. Was mich natürlich wieder darauf bringt, ähm, dass ich davon ausgehen kann, dass es mega enttäuscht ist. Weil es ist ein Videospiel. Und ein Videospiel... Ah, schenk dir halt nicht immer das, was du heute auch willst, ne? So. Äh. Ist das hier denn? Hat das eine andere Farbe? Braun. Gut, sehr schön. Dann sind wir alles mal geritten. Palim, palim. Beiseite, beiseite. Jo. Das sind dann übrigens so die Szenen, wo sich dann das letzte Mal das Spiel auf... Äh, wo die... Wo die Aufnahme, nicht das Spiel... Wo die Aufnahme dann Probleme bekommen hatte. Ich weiß nicht, ob das an dem Reiten lag oder an den, äh, Zwischenlale-Sequenzen, wo sich sie aufgegangen hat. Aber wie gesagt, ich hab immer ein Auge drauf. Momentan kämpft sich die Aufnahme sehr gut durch. Kann ich mich nicht beschweren. Ist alles unordentlich. Hm? Hm, hm. Schade. So. Achso, guck mal hier. Schnellreise. Haha. Jetzt kann ich mir sogar raussuchen. Ah, das kommt mir natürlich extremst entgegen. Äh, Damaskus war die Stadt, an der wir als erstes waren, das jetzt am längsten Herdergrund gemacht haben. Damaskus. Das halte ich für sinnvoll. Wenn Sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen Sie deren Sichtkontakt und verstecken Sie sich. Bleiben Sie in Ihrem Versteck, bis Sie wieder anonym sind. Ich tue, was ich will. Warum verstehe die alte mich da nicht? Ah, das ist ja nicht. Hm? Ach ja. Wir sind in der vierten von Wifi-Sequenzen waren es denn? Waren das neun? Oder waren das weniger? Ne, neun Leute musste ich töten. Ich überlege gerade. Drei habe ich auf jeden Fall schon. Aber bin halt aber auch in der... Das sieht sehr gut aus, was du da machst. Aber bin halt aber auch erst in der vierten Sequenz, ne? Also das kommt ja eigentlich hin, aber hier muss ich ja wieder drei töten. Da ist es wieder. Damaskus. Guck's dir an, Pferd. Da essen sie Lasagne. Und du weißt, woraus Lasagne besteht? Total epische Musik hier. Auch für was? So, also wir müssen irgendwie in die Stadt reinkommen. Das heißt, wir brauchen die Gelehrten. Und die Gelehrten sind hier. Guck mal, die warten sogar extra auf uns. Mensch. Das sind ja richtige Kumpels. Das ist ja kein Zufall, dass die jetzt erst loslaufen. Hervorragend. Eigentlich spricht das ja für meine Unternehmung, wenn die Gelehrten auf meiner Seite sind. Das ist zumindest kein schlechtes Zeichen. Weil die müssen es ja offensichtlich für sinnvoller achten, mich damit, mich in die Stadt damit einzuschleusen. Ach ja. Ja, hier hat man halt auch nicht die Möglichkeit, Bekanntheitsgrad oder sowas zu verringern. Das ist halt alles wirklich, 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 wirklich tricky. Das wird nach hinten raus dann wahrscheinlich auch immer stressiger. Also das kann ich mir zumindest so ganz gut vorstellen. Jetzt sind wir in der Stadt drin. Und immer noch ein neuer Abschnitt. Weder ins Bürgerviertel noch ins Nobelviertel kommen wir rein. Warum nicht? Hätten wir jetzt noch ein paar Bürger? Hätten wir ein paar Bürger oder fangen wir jetzt direkt dort an? Das ist eine gute Frage. Ich würde aber gerne, nee, ich würde eigentlich gerne direkt ins Büro, weil ich ja hier noch keine Nachforschung angezeigt bekomme und die anderen Viertel ja gesperrt waren. Ich bin froh, dass es unterm Strich nicht so weit ist. Also 170 Meter lassen sich ja im Regelfall relativ smart überbrücken. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oder haben die jetzt eine von diesen Stadtbegrenzungen aufgehoben? Hm, na gut, wir werden es ja gleich sehen. Und bloß keinen anderen Willen, weil das nehmen sie dir immer gleich übel. Auch wenn du es nicht so gemeint hast. Und wie immer gleich schon mit der... Seht ihr das, wenn die Wachen an uns vorbeilaufen, dass die immer gleich mit der Hand am Schwert... Oh weh, was tut ihr denn? ...mit der Hand am Schwert laufen? Das hat mit Gastfreundlichkeit, hat das nichts zu tun. So, da bin ich mal gespannt, was der Kollege zu erzählen hat. Altair, mein Freund, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul-Nukut. Was könnte er über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob. Aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen dann über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Zug Sarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von hier. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. Sehr schön. Das heißt, wir kommen jetzt auf jeden Fall schon mal in das... Was war's? Ins nobelviertel. Nicht ins Bürgerviertel, ins nobelviertel kommen wir jetzt auf jeden Fall schon mal rein. Und... Ich setze mir da gerade mal einen Wegpunkt, damit ich weiß, in welche Richtung ich muss. Natürlich in die andere. Ja, sehr gut. Retten wir jetzt noch den Bürger oder retten wir ihn nicht? Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Bitte, tut gut, doch nicht wahr. Angeber. Ich hole mir deinen Korb. Aus dem Weg. So. Sehr gut. Es war mir unglad, dass der Kampf schon zu früh beginnt, aber ist okay, ist okay, ist okay. Ich bin ja nicht hier, um mich zu beschweren. Gut, dass ihr gerade vorbeikreift. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Feier. Ja. Da drüben. Es war so klar. Ja, ist ja gut. Die Kumpels halten die auf jeden Fall schon mal fest. So gut, und jetzt versuche ich hier zu verschwinden. Ja, 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 ist ja gut jetzt. Ist ja gut jetzt. So, sind wir jetzt schon im Nobelfiertel? Ich... Das müsste jetzt aber langsam gewesen sein, oder? Nicht übel. Ja. Nicht übel. Hervorragend. So, wir sind jetzt im Nobelfiertel angekommen. Ähm, nichtsdestotrotz müssten wir doch eigentlich, wenn wir schon mal im Nobelfiertel sind, irgendwo... Also, die Markierung geht gar nicht weg, wenn ich drüber gehe. Okay. Das heißt, ich mache die selber weg und setze sie gleich wieder an den neuen Punkten. Das ist ja hervorragend. So. Ach. Das heißt, wir müssen uns jetzt Aussichtstürme selber suchen. Sehe ich das richtig? Da haben wir einen, da drüben haben wir einen und hier haben wir einen. Okay. Der hier scheint mir am nächsten zu sein. Hä? Wo kommen wir denn da am besten hin? Hier, ne? Hier über diese Fensterläden? Wird wohl am meisten Sinn machen. Sehr schön. Weil uns fehlt zumindest ein Teilüberblick oder generellen Hinweis, wo sich hier zumindest ein, zwei Türme befinden. Das wundert mich. Normalerweise werden die Türme doch immer angezeigt bei Assassin's Creed. Aber das sind Teil, ich sage, es ist ja Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Das sind ja acht, acht Jahre gewesen und so. Lege mal. So, jetzt so. Ich bin gespannt. Ne, sieben Jahre waren es. Sieben. Ist alles okay. Jetzt müssten wir doch zumindest ein Teil von der Karte freigelegt haben, oder? Schaut euch mal an, wie viele Aufgaben das hier noch sind. Mann, 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 Mann. Ja, jetzt haben wir zumindest die Türme freigelegt. Das ist doch schon mal etwas. Aber, ach, endlich. Endlich können wir mal den, den Wegpunkt neu setzen. Aber haben hier noch keine Zwischenaufgaben, in dem wir Informationen sammeln können. Oh, macht ja nix. Werden wir alles noch herausfinden. So, wir befreien erst mal die Bürger. Ich bin hier im Prinzip ein Bürgerrechtler. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Schau mal, Mann, 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 Mann. Sehr schön. Bisschen ärgerlich, dass sie es jetzt verdeckt, ne? Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Wir drücken, hör zu dir!